Willkommen zum Westdorf von Österreich. Und jetzt spielt dieses dämliche Intro mit der Russenmusik. Wann sind wir da? Es geht los. Uli? Guten Morgen. Das ist der Chris. Guten Morgen. Also nur dein Face, nicht deine Hose. Wir sind in der City. Ja, fast. Warte, warte, warte. In der linken Ecke mit 380 Kilo, Lars der Fettsack. In der rechten Ecke mit 5 Tonnen, Chris der Slav. Ich glaube, man kann es nicht hören, aber es regnet. Super. Gibt es hier ein Problem? Nein. Hat mir egal. Wo ist die Pärbelin? Ja, ich auch. Wie war's so, Yoshi? Chillig. Und nass. Und nass. Wir sind hier wieder am gleichen Platz wie letztes Jahr. Was sagst du dazu? Spanella. Perfekt. Perfekt. Ich habe dich wieder vergessen. Das. 3,73 zum Dritten. Herzlichen Glückwunsch vor eine Portion Pommes. Ich hole 15 zum Dritten. Herzlichen Glückwunsch Uli. Hochwertiger Thermofecher aus Metall. 23 zum... Dritten! 19 und zum... Dritten! Also... Wir müssen jetzt... So, wir müssen jetzt ganz leise sein. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Weil der nächste Gast, der hat etwas längere Haare. Und jetzt sind wir nicht fetter als wir. Gut, der nächste! Der nächste! Der nächste! Er hat mal 30 Kilo zugelassen. Seine letzte Aufnahme. Das war kein Witz. Er ist fett. Mach das Licht wieder an, es stinkt! Mit der neuen Kolker hatte Max White Zahnbürste mit Whitening Stift. Einfach Zähne putzen, den integrierten Whitening Stift verwenden und fertig! Das nennt sich Wasser. Wusste ich gar nicht. Das Wasserbad, wo ist dabei? Ich wusste es vergessen, Olaf. Wie findest du es hier? Geil! Ganz schön nass. Ja, nass. Ganz schön nass, he? Ja! Das ist Qualität! Das ist so kacke! Uli, die sind toll, gell? Und die geben Milch, hättest du das gedacht! Und die schmeckt! Uli! Olaf! Uli, scheiße Karibik! Hör mich auf mit der scheiße Karibik! Das sieht genau so aus wie die, die ihr habt nur in kleinen. Ey, ich bin halt da! Was haben wir da? Guck mal, der Uli hat einen Ulbzillern am Rücken. Uli! Uli! Ey, warten! Weil die schnell gelaufen sind. Eieiei! Woher dann hin? Findest du nicht die City? Cool! Joschi, wieso müssen wir auf jemanden warten? Ich weiß es nicht. Uli, auf welchen warten wir jetzt? Auf den Dennis. Scheiße, Karibik! Hey! Wie hatten wir letztes Jahr gegessen? Tom! Alle am Handy, gell? Ich nicht. Aber mein Kollege. Na Dennis, hast du schon Hunger? Boah! Boah! Guten Morgen, Joschi! Uli! Bist du geheimt? Nein, ich packe euch gleich. Ich mache euch nach vorne. Oh nein. Hehehe! Oh nein. Hey, Vsauce, Michael hier, was ist normal? Komm Chris, schneller! Hallo. Uli? Olaf! Julia, dampf's! Und Alti! Ich fand die Wassertemperaturen schon mal sehr angenehm. Also ich fand's auch gut. Und wie fandet ihr's da insgesamt? Ja. So, wir waren vorgestern in der Breidachklamm. Wie fandest du den Weg dorthin und wieder zurück? Naja... Das Bier ist weg. Wir gehen zur Bushaltestelle und fahren dann da bis zur Gondel. Und mit der Gondel fahren wir dann auf den Berg und laufen von dem Berg runter. Und anschließend gehen wir ins Freibad. Und anschließend gehen wir ins Freibad. Olaf! Huh? Stücke halt? Nee. Guckt euch die Aussicht an. Da unten ist Lars' Haus. Huuuuh! 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 Yoshi, wo fahr' mich hin? Die Feuerwehr nach Rietzland. Genau. Ho! Ist der hässlich! Nichts mächtig? Nö, nö, ääh. Da sind sie gehört. Wenn wir anbauen, machen wir auch nicht. Das ist viel! Wow, jetzt sind wir auf 30 Meter oben. Oli! 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 Lars, das ist der letzte Tag. Ja, ja. Macht Spaß! Macht Spaß! Ja! Morgen! Ja, guten Tag! Wow! 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 Unendlich! Wow! 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 Beruhigend! Wasser! Sehr beruhigend! Ja, hier ist ein Plätschern. Das hört man ganz deutlich. So Joschi, wie findest du das hier? Hier? Ja, das ist natürlich kalt. Ja, cool. Tobi! Da bist du! Da bist du! Wie fandest du ein Schwimmbad? Cool! Um nachskillen? Ja! Cool! Kann ich die Scheibe gerade rein? Bitte! Da passt dich mal richtig hier rein! Sind die Steaks schon gut? Ja, die nicht! Danke! 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 Boah! Du hast bestimmt besser gehört als ich! Das hat aber nichts mehr gepufft! Also du hast schon recht gehabt! Echt? Ich bin so in der Mitte! Ah, nein! Echelige Sache! Echelige Sache! Was denn? Sehr eckelige Sache! Oh, sehr eckelige Sache! Oh, das ist doch schlau! Oh, oh! Oh, oh! Ah! Boah, Charoli! Oh, nicht dumm! Scheiße! Oh, bist du für dich? Ich bin so in der Mitte! Ah, nein! Ich spiele mal. Eigentlich ist ja scheißegal, weil ich ein bisschen verliert. Es geht ja nur das und lass mal das. Oh! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Nee, dann lass mal... Oh! 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 Ich und ich! Ja! Hey! 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 Oh! Oh! Du musst das 1 Meter sehen als Abschild. Hey! Hey! So cool! Was war das? Wasser. Typischer. Hey! 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 Einmal? Alma ! Du hast was? OMusic! Hei 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 hei! Wir fahren heim!